Ich wünsche Bibel TV sehr viel Ausstrahlung. Ich wünsche Bibel TV, dass es die Menschen erreicht und die biblische Botschaft auch in diejenigen Wohnzimmer bringt, in denen schon ganz lange von Gott und dem christlichen Glauben nicht mehr die Rede war, dass es auch diejenigen erreicht, denen der christliche Glaube fremd geworden ist.